und heute spüren wir mal wieder wie ihr hier sehen kann eine runde tycoon und heute spielen wir den militär tycoon wir legen auch direkt los wir sollen hier irgendwie um abzuheben und haben auch direkt irgendwie 2074 drauf warum weil sie nicht ist einfach so 60 dollar kostet ein neuer worker aha die verdienen so für mich geld kann es sein dass ich dieses spiel schon mal gespielt habe sieht so aus wobei ich glaube nicht ist auch egal wir kaufen uns ein messer machen natürlich ja dann eine uzi dann eine shotgun und ja hier mal kurz alles jetzt habe ich gut wo sollen wir hin wir sollen hier irgendwo hinlaufen aber okay 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 aha das könnte zu mir interessantes spiel ja wir kaufen erstmal alles da drinnen und dann machen wir weiter gut anfing ab gut dann kaufen wir das hier ein weg und am menschen wände sind auch sehr wichtig 120 für eine wand kann man nicht mehr kann ja ein dach darf natürlich auch nicht fehlen fenster hier sind auch sehr wichtig wo eine laser doch auch geil wöchentliche quests kann ich jetzt irgendwie aufgaben oder was ist verstehe ich immer sollte ich hier kaufen kann man denn hier alles machen eins bin habe ich irgendwie fließt wir kriegen ja eh nur irgendwie geld ja sogar nur diamanten das schlechtste ok und wann kann man wieder spin in drei stunden ok 225 für irgendwas kann man ja auch irgendwas machen nö das kostet ok ähm map table aha as new lounge funktioniert das naja brauche ich auch wieder hier wow bugs für die habe ich zwar aber egal oh einen neuen arbeiter ja der wird direkt eingestellt schließlich brauchen wir ja so viele leute ne eine mp5 mhm jetzt wenn wir hier irgendwas kaufen oh eine garage enemy zu dir a blocking your vehicle production greffe gar nichts bam in the mall flame area perfekt das finde ich cool gemacht muss ich sagen das ist echt ein geiles ringsbums eine wand aha noch mehr wände man braucht ja nie genug wände ne 410 für diese wand dann nochmal für diese wand leute ich habe übrigens diese bitki links von den radiosendern entfernt weil irgendwie das nicht so erlaubt ist steht da in den community richtlinien deswegen habe ich das entfernt da kommen dann wahrscheinlich die richtigen links rein oder gar nicht oder eben ist mein discord server join das würde mich freuen der link ist in der video beschreibung könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr auf dem discord server genau ha workshop kann ich das auch aufmachen schade kann ich den fahren oder muss ich den erst kaufen aha ich muss den kauf aber was weiß ich denn jetzt hier was welches ist kaufen nee 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 das reicht schon ah dann kann ich mir die hier kaufen oder was aber warum kann ich mir die nicht kaufen und die schon nee kosten doch wow ach so hier steht der preis 10.000 und sowas aha gut gehen wir mal wieder da rein und gucken mal was wir hier machen können erst mal geld abholen das das sollten wir machen der hat mir doch gerade irgendwas angezeigt aha hä was zeigt er mir denn hier ist doch gar nichts ach so hier workshop workshop lift ah dann reparieren die da so panzer praktisch ich kaufe mir jetzt immer kurz alles hier weil ich habe jetzt kein bock hier nochmal das alles nochmal dahin zu laufen ein weg einfach ein weg so jetzt gibt's können wir laufen was da soll ich jetzt kaufen oder was gut wenn die tom und gleich aha beatles von arsenal kann man denn hier überall alles kaufen oha moin 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 3 3 an ist ein nee 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 okay die leveln irgendwie das hier sind wohl meine oder was keine ahnung hm open open für 25 20 ah das sind die so finger die man kaufen kann mache ich später irgendwann kein geld mehr hm soll ich denn jetzt hier kaufen ich habe keine ahnung was ich hier kaufen soll ich guck mal hier kurz was das hier soll ich mir kaufen was soll ich mir jetzt kaufen hm man oh man hier gibt's so viel ah da sind wieder welche gut ich mache aber erstmal hier kurz das da auf keine ahnung was mir das bringt ist das gut ich weiß es nicht ihr auch seit jahren aber blablabla meinte nö war glaube ich nicht gut oder wer da noch ein level oder was ich wäre doch langsam egal hier meiner m16 er wird getroffen ja mal 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 ich habe es geschafft schrauber nicht mit ihnen kaufen kann ich nicht warte mal doch kann man in 29 kann sogar die autos ja da kommen okay ein weg spin kann ich finde die ditte mission collect 250.000 ist bei 5 anlock was ach so bunkern erst auch schon die ganze zeit und wird nicht angelockt jetzt müssen wir da hoch gehen dann hole ich mir aber noch mal hier das geld mit da muss ich nicht immer runter rennen so jetzt hoch ja nein wende anonyme wende stand da gerade anonyme wende die wand ist anscheinend an ich weiß nicht wie die wand heißt wenn es da mir lieber gleich auch mal schön rein ich werde da gerade durchgehen aber auch hat die fensterlänge machen den bunker kaufen kaufen wir noch mal wasser drin 805 noch irgendwas was sieht schon geil aus oha diamanten diamant in diamant und hier irgendwas gegen so kaum glaube ich mir ja doch jetzt diamanten jetzt 15 diamanten ja die habe ich nicht 20 diamanten und hier ist schon geil aus habe ich aber tatsächlich gar keine mehr kaufe diamanten eine million geld hier habe ich im moment nicht okay gut kommt man denn hier wieder aus da muss glaube ich um die ecke ja um die ecke dann komme ich aus gut was soll ich mir denn den tick kaufen da wieder irgendwas oben wieder irgendwas da oben arsenal ach so das ist mein ein autos praktisch bei odyspap und hier die ganzen leute gut dann gehen wir mal da hoch nein hier will ich's kaum Ich lasse mich da hoch. So. Ah, endlich kommt mal das Dach. Damit es ja auch nicht mehr reinregnet, oder was? Gucken wir mal, ob hier irgendein... Ne, hier kann man nichts kaufen. Kann ich hier runter? Schade. Abkürzung. Aber hier kann ich hier runter. So, gibt es hier irgendwas zum Kaufen? Ja. Oha, ein neuer Arbeiter. Gut, müssen wir das da kaufen? Machen wir das mal. Irgendwie gibt es ja auch so eine UFO-Quest. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommen die ganzen Wände für außen. Gate, gateway? Partway heißt das. Achso. Beleuchtung. Gateframe. Sieht schon geil aus. Boah, Junge. Das ist doch mal geil gemacht. Das ist doch mal geil gemacht. So, kaufe ich nochmal eben das Dach. Das hier auch. Jetzt kommt ja auch keiner mehr rein. Upgrade Gate. Soll ich denn hier hier kaufen schon wieder? Unkabäge. Unkabäge. Sosho de Dora. Machen wir das mal hier wieder zu. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem ersten Part von diesem Tycoon. Wenn euch das Video gefallen hat, das gerne ein Like, Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf mein Desktop vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Ja, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch sehr supporten. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.